In der Vox-Show Sing mein Song kam es in Folge 5 der neuen Staffel zu einer schockierenden Offenbarung. Sängerin Lotte performte ihren neuen Song, doch plötzlich musste sie ihren Auftritt aus emotionaler Überforderung abbrechen. Ihr Song So wie ich setzt sich mit sexualisierter Gewalt auseinander und wendet sich an den Täter. In der Show erzählt Lotte dann von ihren eigenen Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen und wie es sich anfühlt, wenn Männer die Grenze des Begriffs Nein überschreiten. Lotte möchte aber nicht als Opfer wahrgenommen werden und macht sich mit ihrem neuen Song zu Kämpferin. Gastgeber Johannes Oerding lässt Lotte die Wahl, ob sie ihren Song vorstellen möchte. Sie entscheidet sich dafür und sorgt damit für ganz große Emotionen bei ihren KollegInnen und bei den ZuschauerInnen vor den Bildschirmen. Nachdem sie ihren Song abbrechen musste, fingen sie ihre KollegInnen auf und trösteten die Sängerin. Eine nicht nur sehr emotionale, sondern auch wichtige Folge von Sing mein Song, die auf sexualisierte Gewalt aufmerksam macht.